Und es geht weiter... Keil... Macht keinen Scheiß. Das hab ich mir grad schon im Stich gelassen. Das hab ich ganz schön fertig gemacht. Okay, aber, äh, ja. Das sieht aus wie die... Burg. Oder... ...der untere Teil davon. Ob so, wir können ja schnell rein. Scheinbar schon. Na, dafür bin ich jetzt... Ah, da hatte ich da vorhin Schluss gemacht. Gut. Suche einen Weg durch das Fundament der Burg. Bast. Und finde einen Eingang in die Burg. Selbst. Pfff. Okay. Okay, okay, gut. Ja, doch, das ist... Möglich. Zum Glück sind wir aus dem Regen. Jetzt müssen wir nach oben in die Burg. Da drüben ist ein Turbolift. Als ob der funktioniert. Hm, versperrt. Als wären wir gar nicht willkommen. Komisch. Mal sehen, ob wir einen anderen Weg hier raus finden. Ich hab da, glaub ich, schon ne Tür gesehen. Speicher. Sie schließen immer die Tür ab. Wohin es langsam, sollten Sie es doch gelernt haben. Oh, natürlich muss auch noch ein Müllzerkleinerer dabei sein. Na, egal. Niemand hat behauptet, ein Jedi müsste keine Drecksarbeit machen. Pfff. Und rein da. Natürlich. Jaden, lauf zur Mitte. Du kannst dort rausspringen. Das war knapp. Nimm du diese Rutsche. Ich nehme diese hier. Mit etwas Glück treffen wir uns auf der anderen Seite. Die hier, oder was? Schau mal. Bleiben Sie wohl in den Distress. Okay, es geht weiter. Du bist der Erste. Du bist der Zweite. Hier kommt jetzt dran. Danke. Okay. Sie fliegt da einfach ein Frei. Da ist nix. Ah. Da fällt jetzt schon einiges zu tun, wirklich gerade. Also, ich hab mich erstmal gegen beide, natürlich. So. Ähm. Stealwechsel beim Kämpfen ist übrigens sogar echt hilfreich. Hab ich gar nicht so gedacht. Gut. Ist das hier sogar richtig? Stark. Oh. Ähm. Nein. Nicht euer Ernst. Das war also der Weg, durch den er reingekommen ist. Okay. Aber ich spring erstmal runter. Ja, voll. Komm, Sky. Gut. Und. Warte mal. Oh. Versteck. Das mir nicht springt. Gut. Hm. Oder so. Ah, Moment. Hm. Der Lift ist auch verschlossen. Vielleicht der Schalter. Oh. Komm. Oh oh. Jaden, pass auf. Okay, jetzt kann ich mich dem Problem bitten, wenn was gerade passiert ist. Oh. Oh. Jaden. Du musst das Wasser ablassen. Wenn diese Leitung den Boden erreicht, werden wir beide gegrillt. Ähm. Ja, war das tatsächlich. Okay. Gut. Ziehe das an. Wir haben einen eigenen Weg geschafft. Tss. Klar. Du kannst einfach so hoch springen. Ich kann das nicht. So. Schnell mal. Speichern. Und sich hoch bewegen. So. Lach nicht so dumm. Ist doch gar nichts passiert. Mann, Mann, Mann. Ähm. Keil. Ruhig bleiben. Solche Rohre hatte ich schon mal gesehen. Wir können damit bis nach oben gelangen. Okay. Finde ich gut. Gefällt mir. Oh, die Lecks gehen auf mich. Wohin es da wohl geht. Ich komm da noch gar nicht hoch. Äh. IhÉ. WÄCH gott! Immer Pin. familiar tyschSoap. Mum, Hyundai T Name. Töten Sie. Hess. Jawoll. Jetzt wohl. Schön fertig gemacht. Das war sehr nice. Und da komme ich so nicht hoch. Na klasse. So, hopp, 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 hopp. So. Sehr lustig. Was? Wie sehr lustig. Ich hatte Glück, dass ich da gerade hingekommen bin, du. Die Sau. Der macht sich's einfach. Speichern. So, wo geht's denn hier hin? Mensch. Ah. Oh, das hängst du nicht. Oh, das auch. Was ist los mit Hey hier? Nein, aber ich krieg die. Oh, das war meiner. Ich werde mich nie ergeben. Oh, ähm, hallo. Ich will mein verdammtes Schild haben, Leute. Jetzt bin ich wieder fast tot. Oh, ne, da. Oh, so, Mensch. Ich muss gleich hier. Dann kann ich mich hier komplett aufladen. Das ist ja schon mal etwas. So. Mann, 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 Mann. So. Weiter, bitte. Zwei mit einem. Sehr schön. Der ist auch noch weg. Alles easy hier. Alles easy. Speichern. Sieht ziemlich gefährlich aus. Bin wir gerade im Kreis gelaufen? Ja, sind wir. Sehr schön. Und das jetzt? Was hat uns jetzt alles gebracht hier? Mann, Mann, Mann. Eine von Unterbrechung geprägte Folge. Ähm, ja. Wir waren noch auf der Suche nach irgendwas. Dann kann ich nichts machen, oder? Nö. Hm. Irgendwie weiß ich noch nicht, wofür ich gerade hier bin. Nee, sind wir doch reingegangen, oder nicht? Was soll das denn? Was soll ich denn jetzt hier machen? Hab ich jemals verpasst? Hab ich jemals übersehen, oder so? Muss ja. Aber was hab ich übersehen? Ah. Das hier. Ich hoffe, jetzt weiß ich, was ich übersehen hab. So. Ach, jetzt kommt er auch nach oben. Stark. Ja, war's. Und hallo. So. So. Wird man hier auch erledigt. Haben wir hier noch Freunde? Sieht nicht danach aus. Aber was zum Aufladen. Das find ich umso besser eigentlich. Wirklich? So. So weit, so gut. Hier waren wir ja schon mal. Gut, was gibt's denn jetzt hier zu tun? Ich weiß jetzt echt gerade gar nicht, wie lang die Folge jetzt ist, momentan. Ah. 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 So ist das also die Idee. Okay, gut. Verstehe. Alles schön. Ja, mach ich. So. Okay, da muss ich noch. Da hab ich schon. Und jetzt ist das, ist der letzte. Und den machen wir in der nächsten Folge. Ob ihr's glaubt oder nicht. Dem ist so. Bis dann. Ciao. Ciao.